Es scheint mir ein enormes Defizit der Demokratie zu sein, wenn die Menschen, die gewählt wurden, nicht das berücksichtigen, was die Wissenschaft heute bereits weiß, dass sie das ignorieren, und zweitens, dass sie das ignorieren, was eigentlich die Menschen wollen, die sie gewählt haben, und im Interesse von weniger Konzernen Argumenten benutzen, die eigentlich nur auf Glauben basieren, dass in der Zukunft vielleicht es eine Chance sein könnte. Das ist die einzige Argumentation, dass man diese Chance nicht jetzt verlieren darf, die es vielleicht in der Zukunft geben könnte. Es geht aber nicht darum zu sehen, was hat die Agro-Gentechnik schon angerichtet. Die Agro-Gentechnik hat dafür gesorgt, dass wir weltweit mehr Landkonzentration haben, dass wir weltweit mehr Entwaldung haben, dass wir weltweit einen größeren Verlust an biologischer Vielfalt haben, dass wir dadurch mehr Landflucht haben, dass wir dadurch mehr Verarmung und Verschuldung von Kleinbauern haben, und dass wir dadurch mehr Hunger haben. Das ist die Realität. Und die ist bewiesen. Es kann keiner mehr sagen, dass die Konzerne die Agro-Gentechnik in die Welt gesetzt hätten, um den Hunger zu retten, also um den Hunger zu bekämpfen. Also es geht nicht darum. Es geht eigentlich nur darum, Pflanzen schwach zu machen, schlechter zu machen, damit die Bauern mehr Pestiziden brauchen. Und das ist eigentlich die Realität. Man hat es mit der Wissenschaft geschafft, schlechtere Pflanzen zu produzieren, wodurch man die Bauern abhängiger machen kann. Und wenn die Bauern abhängiger gemacht werden, dann haben wir eine riesige Macht, eine Macht, die es noch nie gegeben hat, dass wir seit der Genesis, seit des Beginns der Nahrungsmittelproduktion, eine Kontrolle darüber haben, was, wo, von wem und vor wem etwas produziert wird. Und darum geht es. Das ist die Auseinandersetzung und das ist eine politische Auseinandersetzung. Deswegen kann sich jeder Mensch einmischen. Und die Argumenten dagegen sind klar. Wir wissen, dass das, was heute für die Befürworter immer noch genutzt wird, nicht stimmt. Wir können alle diese Argumenten ablehnen. Leider sollen Gesetzen immer noch aufgrund dieser Argumenten stattfinden, die längst widerlegt wurden. Also vielen Dank, dass ich hier spüren kann, dass man in dem Kampf nicht alleine ist. In der Wissenschaft ist es sehr schwierig. Es werden zunehmend Menschen unter Druck gesetzt. Es werden Menschen gekündigt. Es werden Menschen einfach nicht mehr akzeptiert an Universitäten, weil sie das forschen wollen, was eigentlich im Interesse der Mehrheit der Menschen ist. Und wenn wir dafür eigentlich Universitäten haben, die zunehmend privatisiert werden und im Interesse der Wirtschaft geleitet werden, dann haben wir auch dort ein Demokratiedefizit. Deswegen wünsche ich mir, dass der Widerstand, der heute, Sie sehen es, im Rahmen der Agrogentechnik genau so stark wird, wie in anderen Situationen, in denen auch die Technik abgelehnt wurde, die gescheitert war. Dass das auch weiter eine Bewegung ist, die dazu führt, dass unsere Gesellschaft demokratischer wird. Das ist mein Anliegen und ich freue mich, dass ich hier das sagen durfte. Vielen Dank. Vielen Dank.